so chat jetzt will ich mit euch zusammen spielen wir haben 19 nach zwei angriffen der beste hat 20 nach drei angriffen das heißt wir werden natürlich locker erste aber ich will zehn räume schaffen absoluter müll sagt man jeden tag weil man jeden tag ein scheiß anfang hat man muss immer erst aufräumen das ist ja normal ich rede mich jeden tag erneut über den anfang auf am anfang heißt es einfach nur aufräumen okay natürlich so jetzt müssen wir überlegen ja dann machen wir das ja wir machen es trotzdem aber mit der ordnung hast du recht ja danke dass du mir jetzt schon tipps gibt bevor ich bin ja ein magier dann haben wir goblins perfekt finde ich auch sehe ich eines sehr smart ja gut wir müssen eine rakete in den sepp auf dem inferno machen ich lasse mir nicht meinen pecker weghauen rakete weiß ich nicht fühle ich nicht rakete hätte keinen sinn gemacht ja ja der ist einfach smart nochmal magier hoffentlich reichen drei schon natürlich nicht ich glaube auch dass boogies gut sind dann sind die weg bitte nochmal boogies ja ne mann wir setzen ein goblin dann ist das gebäude weg so perfekt und jetzt die magier wir nehmen unsere rakete das reicht nicht aber ist egal wenn vielleicht reicht der bogey und sonst setzen wir noch mal nicht mehr das ist egal zack gar nicht so schlimm wir nehmen uns nochmal magier uff das war nicht dumm nein 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 so kannst du das nicht sagen so kannst du das nicht sagen Oh, nochmal Charge. Sehr smart. Okay, das mit der Sepp-Hütte hat original gar nichts gebracht. Das war absolut wasted. Wegen dem Flächenschaden. Ja. Ja, safe, Digga. Ja, Pekka. Weil ein Sepp macht keine andere Einheit kaputt. Ja, ja, ja. Warum sollte niemand mehr das Pekka-Item spielen? Das ist doch nice. So. Ah, nee. Das riskieren wir jetzt nicht. Ja, jetzt haben wir auf jeden Fall die übertriebene Magierbombe. Aber Truppen bräuchten wir theoretisch auch. Ja, Prinzen sind halt scheiße. Ja, Magierbombe müssen wir. Ah, herrlich. Zwölfer Magierbombe, Digga. Ja, nochmal Raketen. Scheiß auf Sepp. Boah, jetzt aber wieder Raketen? Ja, okay. Jetzt haben wir zehn Raketen. Nee, jetzt schon die Raketen ist scheiße. Mach Raketen, Magierturm, Entferneturm und Minenwerfer. Ja, das fühle ich. Das ist schlau. Das ist echt schlau. Alle Rockets aufsparen würde ich nicht. Ich glaube, das ist gar nicht mal so dumm. Ich würde allerdings eher jetzt einmal den Goblin setzen. Nur um zu gucken, was die Magier dann machen. Pekka. Ja, wir haben keinen Charge. Nur die Pekka weiß ich nicht. Nee. Ich glaube schon, dass es smart ist, mit Magier zu spielen. Ja, wir machen jetzt erstmal die Magier. Ja, den rechten. Boah, jetzt auf jeden Fall Riesen. Und Charge. Charge oder Swap, damit wir einen einzelnen Pekka haben. Ich glaube, wir müssen Swap nehmen, damit wir einen einzelnen Pekka haben. Ja, er war sehr schlau, Shad. Digga, Marvin, du hast gar keine Ahnung von dem Spiel, Digga. Ja, okay, wenn ihr das alle sagt. Einer sagt Riese. Die Sache ist, wenn jetzt nochmal Riesen kommen, dann ist es smart, wenn wir noch zwei haben. Rakete für 300 ist dumm. Das ist wirklich dumm. Und da hat er recht, da hat der Kollege völlig recht. Das ist dumm. Da können wir besser die einzelnen Bubis uns so raushauen. Die einzelnen Truppen hier, die bringen uns ja eh gar nichts. Die haben uns ja eh nichts gebracht. Da haben wir zumindest eine Rakete übrig. Jetzt müssen wir selbst die Magier nehmen. Alles andere wäre Bullshit. Wenn wir den linken Magier tun... Okay, okay, shit. Wenn ihr sagt... Wenn ihr sagt... Wenn ihr sagt... Paketen... Ja, da seht ihr. Das hat man davon, wenn man auf den Livestream-Chat hört. Ja, ich habe noch einen Magier, aber dann habe ich gar keine Truppen mehr. Und wir sind gerade mal in Stage 6. Das ist richtig schlecht, Alter. Und der reicht nicht mal. Der reicht nicht mal. Überhaupt nicht. Ja. Sehr egal. GG. Oh, warum kommen denn Goblins, Alter. Ja, dass ich die nehmen muss, ist mir klar. Aber warum? Okay, jetzt müssen wir ganz nachdenken. Die machen die Stage nicht. Ich würde... Ich würde... Wir müssen erst den Magier machen, damit wir einen Goblin mehr haben. Ja, richtig. Scheiße, der macht nicht mal das Gebäude weg. Pekka und Rockets? Nein, Digger. Goblins und vorher Raketen auf die Einheiten mit sehr viel. Macht beide Minenwerfer, Rockets, dann Goblins und kriegt der Goblin eine Mauer, maybe. Ja, siehst du? Genau das habe ich doch gesagt. Guck mal, Chris, wir sind uns auf jeden Fall einig. Guck's dir an, Digger. Das ist Teamwork. Der Shad und ich. Perfekt. Mahlzeit. Und jetzt Charge. Swap haben wir. Oh. Wir müssen Pekka nehmen, ne? Was anderes bleibt uns nicht übrig. Pekka und rein. Pekka-Bombe. Nein, Digger, nein. Er nützt, Digger. Das ist halt eine Rakete noch. Sehr schade. Oh, was kommt für Truppen? Ja, wir müssen Raketen nehmen. Wie viele Gebäude sind das? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sieben, acht, neun, zehn. Ja, jetzt ist nur die Frage, ob die Raketen auch jedes Gebäude one-hitten. Wir nehmen, das ist egal, wir nehmen, ja, wir haben eh wenig Truppen. Dann können wir besser Swap nehmen. Okay, das war jetzt keine Entscheidung, wo ich warten soll. Warum muss ich warten, Digger? Ich hab nur Raketen. Ach so, das Truppenbuch, ja, okay, die Truppenhütte, ja, können wir machen. Pekka natürlich. Ja, dann können wir uns eine Rakete wieder sparen, das stimmt. Ja, Pekka-Bombe nächste Runde ist smarter, ja, aha. Das stimmt mit der Pekka-Bombe. So, bitte Pekka, bitte ganz viele Pekka. Das tut weh. Ich glaub auch, dass Goblins smarter sind als Magier. Ja. Also OP würde ich das jetzt nicht nennen, aber es ist okay. Müssen wir halt machen. Ja, aber dann könnten die Goblins die Hütten machen. Stimmt, 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 Chet. Alter, so gut mit euch hab ich noch lange nicht mehr kooperiert. Ja, komm. Jetzt müssen am besten zwei Raketen kommen und aus dem Truppendingen nochmal zwei Pekka. Bitte zwei Pekka. Ja, die Rakete sparen wir uns, ne. Ja, ob ich Swap, ja, wir haben fünf Swap-Busher, stimmt. Oh, nice, Chet, sehr geil. Oh, gut. Ist ja eigentlich wurscht. Ist absolut egal. So. G, G. Nice, elf. Elf ist sehr gut. Kiste, alter, wie? Keine Kiste bisher. Wollte ich mich verarschen? Ah, da ist doch die Kiste. Perfekt. Was haben wir denn? Oh, sehr geil. Sehr, sehr geil. Schön, die brauchen wir. Ja, schön, 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 schön. Guckt's euch an. Zehn mehr als der zweite Platz. Das ist doch geil. Zwar nicht doppelt so viel, aber zehn mehr. Das ist schön. Das war's mit der täglichen Liga. Heute sehr, sehr geil zusammen mit dem Chat. Elf Räume geschafft. Ich hoffe, das schaffen wir morgen nochmal. Wir sehen uns morgen. Bye, bye. Euer Psal. Outro 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 Vielen Dank.